Krieg ich du das? Nein! Ja, ich find das immer interessant. Hey, Centus lacht sich doch selber daran kaputt, wenn ich andere töte. Oh, Black, wir müssen die Treppe hier noch ändern, ohne Witz. Shit, ey. Mach ich heute nicht. Welche Treppe? Die Treppe hier? Ja, ja, ich muss... Was damit? Ja, die muss ja auch noch umgemacht werden. Besonders wenn kleine Nerfi sterben. Sollen wir die töten? Äh, die töten gehen. Sollen wir die Treppe abreißen und wieder zumachen? Ah! Weißt du, was ich sowieso mache? Was? Ähm, ich mach hier hinten, pass mal auf... Den Weg hier... Deine Sachen, ne? Weißt du? Draußen, den tu ich ändern, dass es direkt nach unten hingeht. Dass der Weg weiter nach hinten hin gezogen wird. Okay. Und dann so ein riesen Eingang. Nicht jetzt so was kleines, sondern so ein... Diabolischen Eingang. Nein, Spaß, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Was ist denn bitte ein diabolischer Eingang? Weiß ich nicht, dein hässliches Gesicht. Du bist wieder instant geheilt immer, du Arsch. Wieso? Hat jemand... Ich... ich gut spielen. Mit was willst du mich hauen, alter? Mit ner Schaufel? Schaufel? Hat jemand Clean Stone? Mit... Ja, hab ich. Hammer. Wer braucht Clean Stone? Dann wird's aber gebannt. Ich hab... ich hab so ne halbe Küste Clean Stone. Ich hab den Stonebill genommen, die wollte ich auch. Jetzt kommt er mir. Ja. Ja, oder was? Ja. So. Das Zeug... Ich sollte dich in Ruhe lassen, ist klar. Ich habe mir gerade einen Hamburger gemacht. Ich hab mit Röstzwiebeln und diese Röstschmülen schmeckt nach Bacon. Schmülen. Geil. Bacon. Schmeckt nach Bacon. Das ist Rostbacon. Rostbacon, ja. Erstmal Licht anmachen. Ich... ich schick euch nen Pusch. Nein, keinen Pusch, alter. Du wüsst dich. Oh, schade. Warum darf ich keinen Pusch holen? Oh, der Mann, in meinem Haus liegen solche hissslichen Viecher. Das mag ich nicht. Du sollst nicht die Säpfen... Oba. Lenny... Boah. Lenny wird gepeinigt, älter. Der heult doch gleich. Ja. Der ist nicht Kenneth. Kann ich mich noch mal töten? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Kannst sie noch heute noch nicht gesehen? Vor allem. Er führt ja in der Liste, also. Ach shit. Ey, das ist voll gut. Also, wir waren bei Bekannten. Der Kund, also... Der hat voll... Keine Ahnung. Der hat so ADS oder was auch immer. Der geht voll ab, weil der noch so jung ist. Und dann nimmt er einen mit den Sohn. Der kam mit dem Kopf voll gegen die Warte... Gegen Tisch... Ähm... Erkannte. Meint der einen einfach... Erkannte noch mal machen. Ich hab's nicht gesehen. Los trau ich meinem Bruder zu. Das würde ich jedem von euch zutrauen. Mhm. Deswegen ist das ja nicht schlimm. Nee. Nö, nö. Besonders Zendos. Ja, du mir auch. Ich weiß. Ey, WTF. Warte. Du hast doch bei Cayman und sowas gelernt, ne? Was Nexus gar nicht gut findet, ne? Dieses... Dieses... Sollen wir das mal machen? Nein. Aber hier gibt's auch schon wieder zwei verschiedene Barrels. Ja, ja. Activization und... Dieses Jabba. Meinst du das mit dem unnötigen... Unnötige Sachenbachten? Äh... Jabba. Okay. Hey. Ähm... Copy. So muss ich auch noch da in den Ofen reinschmeißen, oder was? Ach, das ist mit dem... Kürzelblatt Magic, ne? Mit diesen komischen Spinnenweben da. Ach, diese, ja, diese... Kannste machen. Ach, WTF. Du freust dich über zwei Mimichheit. Wenn du wüsstest, wieviel wir haben. Äh, tut mir leid. Ich muss mal wieder einen Stack verbrauchen. Erstmal. Mach, mach. Ist egal. Muss mal noch ein paar Barrels machen. Ich dachte mir grad so scheiße. Ich seh nix. Hab erstmal meine Schreibtischlampe angemacht. Alter, übertreib. Hast du... Ich will so wehen, Alter. Erst so alle Steine runtergepackt. Alle Geostrater. Ich bin echt gut. Ich bin blind. Übertreib. Oh doch. Hab ich gemacht. Meine. Okay. Hast recht. Danke. Du bist ein Dieb. Hast recht. Du bist ein Dieb. Ich bin ein Dieb. Das ist meine. Habe ich gemacht. Finde ich auch so. Ich... Ich... Du bist hier. Äh, leid mir mal kurz den Induction-Schmelter. BTF? Ne, ne, warte, ich mach das mit Flash. Was ist denn? Wo bist du grad in der Nähe? Hier, hinter dir. Mann, den Schmälter. Ja, nimm mit. Pack den unten hin. Der sollt sowieso später mit. Den hab ich dahingestellt gehabt. Aber egal, Flash. Hä, den hier vorne? Ja, den hatte ich dahingestellt. Egal, das ist meiner. Ich mach's lieber mit WTF. WTF weiß sowieso was. Ich meine, WTF bist du? Ich bin unten in der Mine. Ich komm gleich mal auf mit. Ach, der ist hier hinten. Komm mit. Der ist hier hinten in seiner Mine, wenn du unten gehst. Wir sind ein Holzweg da. Jaja, man kann aber hier unten auch Land gehen. Jaja, ich geh mittlerweile hier hinten noch mal lang. Mach's dich eigentlich. Ja. Ich baue nen Reaktor. Ja, hier. Willst mich verarschen? Ich hab gerade woanders drin damit. Der ist nur... Der ist nur 3x3 groß. Mit dem Reaktor passiert... Nix. 32x32. Nein! Die TF. Mach die 500, mach 500. Ne, das geht nicht. Maximale Größe, 32x2. Du weißt schon, dass die Tertig da unten arbeitet, ne? Ja. FU. Was macht der denn hier? Was sollen wir denn machen? Die hinten. Oh. Warte, ich mach mal einen kleinen Raum. Verwirrt mich. Kannst du jemanden verleichtern oder so? Nee, sonst passt gar nicht. Ich hab keinen Gamma-Lock, leider. Cool. Man kann das hier dann nicht machen bei Monster. Das funktioniert irgendwie nicht. Oh. Was? Nehm ich halt. Vier Stück. Aus einem bekommen. GG. Paul. Lenny baut hier mal dahin, wo die voll unnützt sind. Warte. Was denn? Mach mal, mach mal. Der Reaktor. Gut, dann. Und vor allem hat BDF das ME-System auch dahin gestellt, wo das eigentlich gar nicht hin sollte. Lol. Das muss nicht hiermit nicht. Gut, Centus, dann belehr mich mal. Hm? Dann belehr mich mal, Centus. Lol. Baut das doch nicht hier unten. Dann baut er, ähm, oben irgendwie hin und dann baut er ein Haus um oder was. Ich hab doch noch was von mir. Ja? Das sieht doch besser aus, als wenn du das... Moment. Diese normalen Trailstones. Black, was ist eigentlich mit Flash und deiner Basis? Was ist eigentlich nur so für Black und dich? Ja. Ja, ne? WTF hat so'n Durchgang hier also. Kann man, kann man noch erlauben. Kann man noch drinnen hier. Irgendwann gibt's Zoll dafür. Ja. Immer wieder Zoll. Der muss immer wieder blechen, der arme Junge. Der muss sich auch immer hinknien. Irgendwann muss er nicht bücken. Der bückt sich die ganze Zeit. Guck hier, siehst du? Oh, geil. Geil. Black, guck mal, der guck mal die Schweine. Und der Sau guckt da hinten zu. Komm. Oh. Hauptzeit, guck auch einfach so oculus-rüst-mäßig auch nach unten. Komm, WTF, WTF steht auf Fläger. Oh, ja, Buss, Michai. Black braucht ja nur da... WTF muss ja nur da durchgehen. Ist er direkt tot? What? Wie? Mit was hast du mich geschlagen, Hupe? Überhaupt gar keinen Fall überm Kleever. Nein. Gar keinen Fall überm Kleever. Du doch nicht, ne? Nee, ich bin hier gefängn. Gefängn vor allem. Gefängn. 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 Mit diesem komischen Pick-Eye wären ja auch okay. Jawoll. Wo sind hier die Spritze? Hallo, du bist so ein... Schimpf, ob du ne Mutter hörst. Oh, wo sind die Spritzen? Wo sind die Spritzen? Hallo. Hey, der Mist. Warte, ich lach falsch. Nein. Du bist so bescheuert. Das klingt irgendwie immer voll falsch. Ach, sag ran. Hey, ich hab meinen Spritzen vergessen. Kannst du mir deine mal leihen? Boah. Ich hab's nicht mehr, wenn wir Geld verdienen. Du grad selbst nicht viel wegen dem Selbst. Plinter. Oh, da kommt deine Mutter so rein. Was sollte das? Nice. Ich hab doch bitte gesagt. Die wurden frech, nicht ich. Wow, meine Mutter hat's mal arbeiten. Krass. Oh mein Gott. 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 How is that? So, jetzt brauche ich. Wie hieß denn die abgehetzt, ah? Buäh. Lenny, wo merkst denn du den Reactor? Äh, an den See? Und in der Eck? Eigentlich... Der ist viel zu klein. Mach den fünfmal fünf oder gar n less. Siehst du, ist ja getötet. Mach den fünfmal fünf oder gar n less. haben wir noch die ich habe noch die es wenn welche brauche ich brauche nur sechs warte mal ich guck mal in die kiste rein ich wollte auch mal extrem gut aber ich habe noch 27 erreicht ja nein doch du mein dahin kann ich das essen ja nimm das essen mit augen tut einfach von ihnen ja kurz essen die macht irgendwas komische geräusche was mir angst macht so wenig leben tut mir leid sorry ich hab dich nur einmal mit meinem schwert geschlagen hast du ein slimeball nein habe ich da raus ich wollte wissen ob der slimeball hat ich hab pizza kartons die die oliv das kannst du mit das kannst du das so So. Das... 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 Pinball. Daddy is a Pinball. Name it like a cheese. In the... Nein, woanders rein. Peter, wo willst du? Komm zu dir. Tötet euch gegenseitig schalalalala. Zwei und zwei. Oh, Lenny, du mit deinem scheiß kleinen, direkt verfügten Reaktor. Jene, der ist viel zu klein. Viel zu klein. Aber nicht ausreißen. Nein, ausreißen. Na! Ja, gut, FG, verbau den Größen. Wer wurde denn grad gekillt wie der Dede? Ja, ich wurde gekillt. Ich weiß nicht, wo mein Scheiß-Stuff ist, weil... Lenny. Lenny. Oh. Ja, ich hab's alles gegeben, was ich hatte. Hier hinten liegt die schon ganz verständlich. Hahaha. Seid so gemein. Keine Ahnung. Komm, den ist neu, weißt du, gleich weint der arme Junge, ne? Hör auf! Ich sag ja. Heul doch. Nur mein Mikro ist grad ohne, dann kann ich wenigstens Pizza essen. Komm, wir wollen sich wohl Kumpel stattdurch an. Nein, 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 nein. Hm. Das war Helm. Das war Helm. Das ist so. Okay, ein Schlag geht noch. Ein Schlag geht noch. Ein Schlag geht noch. Hahaha. Er ist über... Warte, wie heißt das Ding? Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er ist...